Hi Das war meine Anmoderation Der Melcher macht heute die Anmoderation Hallo Melcher, jetzt deine größte Showings bekannt zu werden Wie bekannt, okay Hallo Leute Was ist das denn Alter? Das ist nix für mich Alter was ist das denn? Das ist immer so oft Wir sind übrigens in einem Fluchtzeug In einem Fluchtzeug? Wohin flüchten wir denn? In einem Fluchtzeug Alter warte mal Kevin Fluchtzeug Der Tobi singt eh hier Alter Also wird man dann ausgesaugt wenn man die Tür auf Ausgesaugt? Wie deine Mutter sitzt noch gar nicht zwischen den Beinen Was? Oh halt doch die Fresse Also wer auch immer diese Map gefunden hat Hammer Ich? Ja das war mir klar Wie was würdest du denn damit andeuten? Kori V mit der Oh Ist mega spannend so hochzufliegen Hat er die ist viel zu fett die Map Ja ist mal was anderes Ist ja das Airbus A380 man Aber äh Major Tobi sing doch mal Only Time bitte Oder Major Hast du die Kühltruhe nachgedacht? Ja aber äh Erst so Ja am Anfang ist das scheiße Tobi ist bei mir Tobi ist bei mir Hallo Patrick Hallo Ja aber man kann ja auch mal ein bisschen Hallo Ja ich komm Alter dahinten und geschossen dahinten und geschossen dahinten und geschossen Tobi 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 hat Tobi abgechnallt Ja Untersuch mal Brunz Meine Damen und Herren willkommen an Bord von Curry Airlines Boah alter mega geile Map ey Gern das mal vor hier und weiter Wo lacht der Tobi so so? Tobi Entschuldigung 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 Oh 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 Curry wehe Curry wehe Wenn ich jetzt tot bin hat Curry mich abgeschossen Hallo Dennis Hallo Dennis Ist das zufällig eine Battlefield Match? Curry Geh weg Curry Curry geh weg Ich mach doch gar nichts Geh weg Curry Ah hier gehts nicht weiter Wenn ich jetzt tot bin Wenn ich tot bin Nein hier gehts nicht weiter Curry du kannst mich nicht lassen Ich hab gar nicht geschossen du Arsch alter bist du doof oder was? Voll am eskalieren ey Was für ein schlechter Schauspieler wenn ich tot bin ne? Curry? Wie geht man seine Taschenlampe an und ausmacht Bronze ist wieder voll am eskalieren ne? Ah Bronze Ah Bronze hat geschossen Bronze hat geschossen Ah Bronze Lass mir Ruhe Alter was geht da drin ab? Er ist voll woanders Oh Kuschelmodus Er ist woanders Du ey Wie kommt man denn da rein man? Hey 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 Geh gleich in den Toiletten ey Major ist da unten Major ist schon die ganze Zeit da unten Ja und? Ja Major Bronze du hast geschossen grad laber keinen Müll Ich bin ins Cockpit Hey Curry hat doch grad auf mich geschossen Drecksau Ricky Bonsai Was Drecksau Dennis ist traitor Leute Ja weil ich ne Schildkröte rumschlepp oder was? Immer die Leute die mit dem Magneto Stick einfach so rumlaufen wissen dass sie nicht abgeklemmt werden können Aber ich lauf von morgens bis abends mit dem Magneto Stick rum in der Realität Was find ich lustig? Ja Ich stell so ein Magneto Stick in der Realität aus Ja So ich Nächstes Mal zeig ich dir den Major Oh was ist denn hier passiert alter? Ich geb dir ne Hallo Oh Tobi war Trader Was gibst du mir nen Headshot? Oh Alter ich will ins Cockpit Denne Ich bin tot Ach Major Alter Major Ich bin tot Oh Dennis Dennis Ich geb dir den Aufzug Oh Ich nehm auch den Aufzug Komm Aufzug Party Oh Bronze was machst du hier? Er kommt noch rein Ich will mir die Leiche Hey Oh Was warst du? Was ist das? Hey 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 Wer war der der? Hab ich dich getötet? Hä? Hä? Was hast du das denn jetzt? Ey es hat der Bronze aber getötet Alter Ey der Lennon schießt noch auf mich Bronze ist vor Einfach vor mich grad zu Weiß ich hab den schon Ja Leute Und der hat den Trailer Und der hat den Trailer Und der hat den Trailer Der Bronz ist so doof Ey das war grad vor mir Ey was krieg ich dafür wenn der Grandom mäßige Alter Aber warum läufst du denn vor so ne Waffe alter Oh jetzt legts wieder Land da halt Ja ich sehs Der Lennon fliegt durchs Flugzeug Oh Gott ey Die Dingle ist mega geil alter War Tobi ne? Alter Waffen Ich möchte darüber nicht reden Patrick Ja ok dann lassen wir das Habt ihr denn schon wieder angestellt ihr zwei Das ist ein geheimnis Ja ja Kevin Ist der gekuschelt oder was? Alter ich bin dein Vater Der Tisch ist aufgeräumt alter Alles nur das nicht Wo ist der das Cockpit? Was? Hier Ich bin's Cockpint man Ich bin's Cockpint man Wer schießt da schon wieder Payset oder das? Nein das war der Lennon ich hab's genau gesehen Ich schieß auf die Lennon Trader Danke arson Jetzt hat wir31 Oh paying Kevin ist es Was denn? Pobi K Meinungst Kima das ist Traitor gewesen Ich hab gesehen ôngống gemacht mêmes Oh, sorry, sorry, sorry. Nein, 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 sorry. Ich dachte, du wärst Kevin. Das war hart. Ist auch komisch. Warum stehst du alleine mit denen? Ich hab den getötet. Willst du mich verarschen, Alter? Wer, Melchia? Ich hab den getötet und ihr solltet mit Dennis. Melchia, ey, ich will nur da rein. Ich will nur da durch. Lass mich vorbei. Ey, der Melchia, der schubst mich. Hast du das dreimal hintereinander sein kannst? Ich dachte, Dennis erst mal mit Kevin so, ey. Der Lennor hat das gesagt. Traktor. Nee. Traktor, hinter dir. Okay, 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 okay. Ganz ruhig. Ja, und dann hab ich wieder eine Kugel im Kopf, ne? Nee. Kugel. Lennor, du kommst ihm überlegen. Hallo. Mal gucken, ob man das aufmacht kann. Ich werd Lennor verfolgen, weil der hat auf mich geschossen. Mach mal bitte hier auf. Joby, Dennis ist hinter mir her. Nein, guck mal. Dennis hat gerade eine Granate geworfen. Warum liegt hier eine halbe Melone? Ja, aber nur zum Fliegen. Lennor will auf mich schießen. Nein. Da lag eine halbe Melone, warum? Ich hab ihn jetzt geschossen. Patrick. Dennis, warum hast du das gerade geworfen? Patrick hat geschossen. Ich hab gar nicht geschossen. Ja, ihn hat doch gerade... Alter, Leute. Lennor hat geschossen, Lennor hat geschossen. Hallo Dennis, du bist in der Zwickmühle, wa? Tobi aus. Aber Patrick, wenn du jetzt nicht aufhörst, ne? Ja, dann. Hallo Major. Boah. Tobi hat mich angeguckt, ey. Was willst du dann machen? Hast du mich angeguckt, oder was? Guck mal, hier wieder hängt der Lennor hier unten, weißt du? Hä? Wo bist du denn hin? Achso. Lennor. Lennor, 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 Lennor. Ey, wenn da jetzt einer... Lennor. Was machst du denn da, Alter ey? Lennor, Lennor, Lennor. Der Lennor. Der Lennor und der Partner hier. Ich hänge hier, Mann das gibt es doch nicht. Huch. Der Denser, Alter. Warte mal hier, passiert irgendwas. Mache doch die Tür auf, Alter. Wenn ich jetzt so pinne. Ich bin bei Tobi, ne. Tobi zielt so auf mich. Ne. Ja, das macht er immer. Ey, wer ist das denn jetzt hier, Alter? Passiert irgendwas bei dir, Tobi, wenn ich hier so... Ne. Hö? Oh, in der Mech. Ne, du hängst du immer noch? Ne, ne. Oh, der Patrick, was seid ihr denn alle schon wieder? Ey, Alter, verziet du immer hinter mir. Ich hab Flugangst, Leute. Könnt ihr mal bitte mir beistehen? Ja, der Patrick, wie du das mal? Echt? Das ist total schrecklich hier. Wieso, der ist doch damals schon von der Schule geflogen. Boah! Was ist das hier? Sag mal. Kann nun nicht der Traitor nur den? Ah, ne. Was denn? Ne, ne. Ne? Ne? Ne, ne, sagt er. Oh, hier liegt jemand. Bist du Traitor? Ich? Ja. Gelegentlich. Von morgens bis abends, weißt du doch. Achso. Wer ist da draußen gerade gewesen? Alter, ich krieg die Waffe da nicht. Alter! Alter, wer war das? Patrick. Ich krieg die Waffe nicht, Mann. Ich bin doch ganz hinten. Nein, du. Nein. Alter! Das war ja ernst. Schade, 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 schade. Tobi, du bist so ein Arsch, Alter. Alter, das gibt's nicht. Mann, Tobi. Mann, Tobi, ey. Die ganze Zeit. Weißt du, was geilste? Gibt's doch gar nichts. Tobi, passiert bei dir was? Nö, Headshot. Ne, ich hab dich mit dem Messer abgestorben. Ernsthaft? Boah. Ja, so machen wir das in Darmstadt, ne? Ne, ich wusste es, weiß nicht. Ich sag noch da am Ende so, ich wusste es. Major, sing doch mal bitte einmal Only Time einmal für uns. Ja, wir haben gerade keine emotionale Momente. Doch. Die kommen noch, die kommen noch. Du wirst gerade gestorben, Major. Ja, jetzt kommt, Major, hau einmal Only Time raus. Einmal für die Zuschauer. Ja, also gerade wenn ich in die Stimmung so, weißt du. Major, was? Das muss einfach so... Da, 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 rechts. Ja, das stimmt. Ich hab noch nie erlebt, dass der Major mal nie in Stimmung war. Der Major sind immer Only in Time. Only in Time. Only in Time. Von Hans Zimmer, ne? Just in Time. Was? Oh, wie ich den Shotgun geklaut hab, ey. Von Hans Zimmer? Wolltest du? Wer ist das hier, Leute? Geht mal weg, ey. Oh, ist der schon wieder. Tobi bleib ich erstmal fern, ey. Warum? Warum? Det, 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 det. Das war so... Ich glaub, es war so unschuldig. Es war so unschuldig und auf einmal gibt'sta- raidsny Holland und dann besser sieht man. Det, 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 det. ruce Word. Wer hat mich angeschossen? Ey, was ist hier los, Leute? Ä, was ist hier los? Oh meine, hijo, ich is. Bucklarwärter Wurft ihr mal bitte durch Sir Bucklarwärter Patrick warum Was ist hier los? Hör auf zu schießen, Patrick Patrick, ich wahr das nicht, bist du doof? Patrick hör auf, ey der Patrick schießt einfach Er braucht duas habt Messer, braucht zert Conf slang Man, wer hat den, Alter Was ist hier los, hat das교? Hallo, hört mal auf zu schießen, was ist hier los Alter, ey Der Menschenmenge steht ja mit dem Meld. Curry! Ja, ja, komm. Können wir reden, Curry! Nein, du! Mit dir rede ich nicht schon, ey. Aber ihr habt den Meld weggeholt. Dennis, hast du eigentlich die Klappe da geöffnet am Boden? Ja. Ich bin hinterhergelaufen, ey. Ich kam dann nicht mehr da raus. Aber das Geilste war so, ich schieße einfach, der Bronze steht da so mit seinem Messer und ich schieße einfach auf den Patrick, um volle Unruhe zu stiften, so, weißt du? Und der Tobi sieht das mit dem Bronze, mit dem Messer, ey. Bronze, das... Wie er in den Schacht rennt und sagt, ich bin unschuld. Er hat das Messer in der Hand, was... Ja, das gehört nicht mir. Bronze, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Du musst das still und heimlich machen, ne? Das ist das Spielprinzip. Ja, ich wusste doch nicht, dass der Tobi noch da ist. Ich dachte, ich könnte... Wir standen alle um dich herum, Alter! Von hinten, du Sau! Du hast doch nicht gesehen, dass der Tobi noch da ist. Geht ja mal gar nicht. Nee! Man... Was ist denn hier? Der Bronze ist der besteste Traitor ever. Weil ich jedes Mal immer innocent bin, das ist unglaublich, ey. Mage, I said... Heul doch! So, Alter. Oh, Mage! Sorry, Mage! Patrick, heul doch, Alter! Nein! Mage ist ja ein guter. Was ist denn hier los, Alter? Was muss hier hin? Warum? Ja, ne, ey, dann passiert irgendwas, Leute. Lass mal das machen! Das ist wie seine Geheimnis mit dem... Ey, der Traitor ist ja, der wird jeden Moment hier schießen. Der Traitor ist ja... Lerlerler! Aber wo kriegt man das denn her? Das wird irgendwo... Ja, Leute, wenn wir... ...wenn wir das zusammenbauen, oder da einbringen, dann passiert was mysteriöses, hab ich gelesen oder so. Ich glaub, das ist ein ganz schöner Traitor, ey. Ne, ich hab keine Waffe, Alter. Dann passiert etwas Mysteriöses. Was?! Ja, Tobi, bist du da im Traitor shop, oder was!? Nein, 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 nein. Alter, wie ich das gesehen habe, ey, geil. Riese, Alter, Riese. Ja, warum schießt ihr denn nicht ab, Alter? Ich will kein random Geld machen, aber es war schon geil, ey. Das ist viel zu eng hier. Woher ihr mich tötet? Ich bin's überhaupt nicht, ey. Du bist zu bereuen. Okay, Entschuldigung, ey, Entschuldigung. Tobi, Tobi, du bist... Ja, Tobi ist doch tot. Also Vorsicht, Tobi war grad im Filterschub auf jeden Fall. Das glaube ich wirklich. Wo ist der Tobi denn? Hallo Patrick. Hallo Tobi, ich stehe gerade so 20 Sekunden neben Tobi, weißt? Und der bewegt sich einfach nicht so, ey. Ja, bist du sicher, dass das so war? Ja, klar war das so. Tobi, was sagst du zu deiner Verteidigung? Das war so, aber... Der Tobi macht da grad irgendwas mit dem Twitter-Shop. Guck mal. Ich bettel nicht um mein Leben. Töte mich, wenn du meinst, dass ich es bin. Ich weiß nicht. Ja, wir wollen ja keine Random-Kills machen, deswegen musst du schon was sagen. Ja, komm. Töte mich. Der Spiel ist so mit unserem Gewissen, der Tobi. Ich kenn den Tobi inzwischen. Töte mich, wenn du meinst, dass ich es bin. Bonzo, du hast es gesehen, dann musst du das machen. Ich hab 15 Sekunden gesehen, wie er hier stand, einfach doof in der Gegend rumgeguckt hat. Vielleicht hat der Tobi einfach die Aussicht. Dann tötet mich auch. Ja, okay. Nein, das ist doch, was der Traitor will, Leute. Nein, dann schieß den doch ab, Bronzo. Du bist der einzige Zeuge. Du musst es aber machen, du hast ja einen Beweis. Nur weil er hier steht, heißt es ja noch nicht, dass der Traitor schon war. Alle müssen sich versammeln. Ja, und dann packst du die GH-Bombe aus. Bist du doof, oder was? Wolltest du eben auch machen. Ohne Witz nicht. Das zieht nicht Major. Ohne Witz nicht. Aber warte, wenn der Major, der Tobi und der Major sind. Ich traue Major auf jeden Fall. Ach, sei nur mal ruhig, du Arschkicher. Ich sag hier, der Tobi ist es. Der Tobi spielt nämlich voll mit unserem Gewissen hier. Weißt du, wer das ist? Patrick! Boah. Tobi. Alter, Granate, Hilfe, Hilfe. Ah! Wer war Traitor Major? Hey, what the fuck? Patrick. Palzett war Traitor, ja. Ich hab Patrick getötet, also cool bleiben. Bin kein Traitor. Okay, habt ihr den jetzt confirmed aus? Alter, was ist der Sinn von diesem Aufzug, bitte? Okay. Okay, warte Leute. Einfach, Tobi ist kein Traitor, Major ist kein Traitor. Bleibt nur noch der Zahnlose oder der Bronzer? Was sagst du zu deiner Verteidigung, Zahnloser? Halt die Fresse. Alter, ernsthaft? Der Aufzug, der Aufzug hört mich auch. Zahnlos ist zwar eine Behinderung, aber noch lange keine Minderwertigkeit, habe ich dir mir heute gesagt. Ja, Major, aber es kann immer auch sein, dass Tobi es ist. Er lebt zwar noch, aber er ist die ganze Zeit ja auffällig. Ne, aber Tobi hat ja mit auf Dings geschossen. Auf wen? Auf Payset. Auf Payset? Okay. Ja, also okay, du hast dich verraten. Du wolltest das für Tobi töten. Ne, ne. Aber sag mal, warte mal, wenn der Curry in einem Aufzug ist, den kannst du doch nur als Traitor holen, oder nicht? Major, ich bin unschuldig. Warte, hier ist doch ein Aufzug, da kann ich einer draufdrücken. Ja, warte mal. Tobi, es ist Curry, 100%. Hattrick. Ich glaub's auch, ich glaub's auch. Ja, wenn du mit der Waffe noch einmal auf mich zu rennst, okay. Tobi, aber wieso stand's denn hier die ganze Zeit eben so doof rum, Alter, so 20 Sekunden? Ich hab gerade im Handy rumgeguckt, was ziemlich dumm ist, wenn man das so... Okay, okay. Gut, das ist natürlich... Okay Curry, guck mal. Kann sein, ne. All deine Freunde sind tot. Du bist nur alleine hier. Ja. Was war das? Und Curry ist auch die ganze Zeit irgendwo undercover, so. Irgendwie... Irgendwas ist da nicht ganz koscher mit... Wird der ein Zahn nach dem anderen rausziehen. Mit Übchen. Ah, du hast ja... Okay, Curry. Ich mag es einfach so Curry, ein bisschen so... Ja, versteht er schon. Ich mein's ja nicht böse Curry, du weißt ja. Jaja, ihr seid alle missgeboten, ey. Weißt du, du bist zahnlos, ich bin Terror und so. Ist ja gar nicht okay. Ja, ist doch super, ey. Ihr kennt mich mal. Aber ich hab oft... Ich hab oft schon gesagt, du bist so gut wie tot und hab dabei verloren, aber diesmal bist du so gut wie tot, alter. Wieso das denn? Weil du bist irgendwo... Guck mal, ach wir können kein Radar kaufen, ne? Ja, keine Ahnung, weil der ist halt Traitor und wir sind zu dritt, ne? Ich fahr mal mit dem Aufzug. Der ist ja mit dem Aufzug gefahren, also fahr ich mal ein bisschen mit dem Aufzug rum. Man kann aber nicht ins Cockpit hier oben rein, oder? Also hier gibt's keine Tür, die... von Lando entdeckt, irgendwo unten im Keller, oder so. Ach, wir haben gar keinen Keller, hier im Flugzeug, oder? Curry... Curry ist hier irgendwo. Ich will hier den Kellerkind, ey. Ey Curry! Ja? Okay Curry! Hä? Wo ist der? Wo ist der denn? Du musst doch nachladen! Ja klar! Aaaah! Ich hab doch gesagt, ey. Der ist irgendwo nicht hier, aber... Nein! Aber wo? Ich lauf hier die ganze Zeit rum, oder? Pssst! Ganz ruhig! Ich komme auf dich zu! Alles wird gut! Bitte schnallen Sie sich an, Bill! Setzen jetzt zum Land an! Flug an! Meine Damen und Herren! Bitte schnallen Sie sich an! Major, nicht schießen! Ich bin los! Hier ist hier links! Hilfe! Yes! Curry ist sehr geil! Sehr geil! Der Major mit der Grover, Alter! Geil, ey! Jawoll! Jawoll! Ey, immer wenn ich den Bronzen so beobachte, weißt du, wie er spielt, ey, muss ich immer lachen, eigentlich! Aber ich bin ja so gut wie tot! Ey, aber ich komme froh, dass wir Togen nicht mit der Welt haben, weil er entlarven können! Ich hab gedacht, der Bronzen denkt, ich hab und ich kann nicht mit der Grover killen! Ah, schön! Die Rechnung ist nicht aufgegangen! Der Kevin hat mich jetzt erst gekillt und ich sage, wenn ich stort bin, dann ist es Kevin! Geil, nächstes Mal gegen Kevin! Ich bin tot, keiner! Ja, das hat doch keiner gehört! Hast du doch gehört, wie die da alle gearbeitet haben, die ganze Zeit! Wir haben nicht zu! So, an der neue Runde, meine Damen und Herren! Danke! Ah, das war lustig! War nicht verkehrt! Ich bin zwar zahnlos, aber ich kann trotzdem töten! Ja, das weiß ich mich gut! Das war nur die Schiebetür, immer ruhig, immer ruhig! Patrick! 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 Patrick, halt die Schnauze! Patrick bang, Alter! Patrick bang! Leno! Leno von hinten! Ah! Hä? Gibt's hier irgendwo ne Shotgun? Ah, Leno! Ah, ich bin tot! Nee, du bist tot! Weißt du, der Leno ist gleich wirklich Traitor, der schießt mich! Und dann glaubt das keiner mehr! Ey! Oh, ne Bomben, ne Bomben, ne Bomben! Oh, Leno! Leno hat ne Bomben geworfen! Leno, straight up! Alter, was war das denn? Da ist ne! 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 Willst du dich verarschen? Ah, Leno! Alter, wer steht mit der Krober hier? Der Major! Ah, Leno! Kevin, Kevin, Kevin! Hey, Patrick folgt mir! Was? Ich folge die Major? Ok! Nee, nee, ich mein... Wir folgen euch alle! Richtig! Hey, komm ey, das macht mich nervös! Tobi! Ich komme! Dennis! Tobias! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Ey, Tobi! Was denn? Was willst du denn von mir? Ich guck dich nur an! Das ist eigentlich schlimm genug! Ja, komm, ist gut! Nein, war Spaß! Ah, passt eingeschossen! Nein, ey! Dennis ist es! Der läuft mit ner Flasche rum! Geh weg, Leno! Leno, was hast du da grad an der Tür gemacht? Hast du versucht, hier irgendwas aufzumachen oder so? Was willst du, Major? Was machst du, wenn ich ja wohl kaum Traitor sein? Ich muss grad meinen Mund lücken! Alter, Alter! Wer war das? Hast du gehört damit? Ja! Ganz hart! Da steht gar kein Error, Alter! Leute, Leute! Der Major war Traitor! Ich weiß nicht, Error! Der Major war Traitor! Echt? Hattest du überhaupt... Der Patrick ist auch Traitor! Mach mal bitte Video! Hattest du ein Beweis für Major? Alter, der hat eine Crowbeine in der Hand und hat auf mich geschossen! Warum soll ich Traitor sein? Nein! Achso! Jetzt verstehe ich ja die ganze Zeit, warum der Major die Crowbeine will! Ja, aber ich wusste das ja gar nicht! Ja! Was ist das denn? Der hätte dich die ganze Zeit abschießen können! Ja! Ist klar, Curry! Ja! Ja! Komm her, Schnucki! Lass mal kuscheln, mein Freund! Nein! Da fehlt noch was, oder? Oh! Hallo Tobi! Das ist doch das Teil, oder nicht? Was macht das dann? Da fehlt noch was, oder? Ja, ja! Dennis! Wow! Wow! Hier sind alle! Bist du eine Melone? Lenno, guck mal hinter dir! Willst du eine Melone? Ich schwöre, Patrick ist es! Ja, Patrick, also lass mich... Warum bist du kurz vorm Sterben, Curry? Weil ich gerade mit Major gefeiert habe! Warum hast du eine Granate in der Hand? Weil der Tobi auch eine in der Hand hat! Warum hast du eine Granate zwischen den Zellen? Das ist jetzt voll in der Granate in der Hand zu haben, weißt du? Ja! Ich lass dir die Haltung! Ich sag der Major ist es! Äh, nicht der Major! Der Curry! Der Curry! Sieht so aus, oder? Wollt ihr mich verarschen, ihr habt doch Major bestätigt, Mann! Ja! Das stimmt! Wobei! Haben wir das? Ja, aber ich habe Major bestätigt! Ich glaube der Curry war gerade mit der Granate im Trader Shop! Bestätige mal Major! Ja, weißt du es? Guck mal hier, zack! Was macht ihr da? Schmockgranate vom Feinsten! Wo ist der Major? Ich hab nur den Fernseher abgeschossen! Das muss hier unten irgendwo sein! Ja, such dir immer! Viel Spaß! Was machst du? Du bist gleich tot! Ich sag es dir! Warum bin ich denn tot? Weil du mit Patrick alleine rumläufst! Ja, ja! Ja, ja! Irgendwie so eine Bombe oder so! Der Major war wirklich Traitor! Woher willst du denn wissen? Das Flugzeug wegsprengt! Woher willst du... Ah, guck mal! Der Patrick hat nochmal überprüft, um zu zeigen, dass er... Weißt du? Patrick, ich bin nicht doof! Guck mal hier drauf! Ich sag doch, Patrick ist es! Der war... Jetzt hör mal zu, Dennis! Aber der Curry, wenn der immer den... Ah! Hör mir mal zu! Der Curry hat ihn ja getötet, den Major! Hört mir mal zu! Das heißt... Wow! Als ich gerade unten in dem Raum war, da war Patrick auch die ganze Zeit mit ihm zusammen! Ah! Das heißt ja nicht! Patrick! Ja, natürlich! Der hättest dich locker getötet dann! Patrick! Ja! Ohne Scheiß! Einer hier hat den Messer, Leute! Pass auf! Ich wette um alles! Also wir wollen zusammen rausfinden, wer das ist! Also kommen wir jetzt dahin und einer versuche ich... Ja, aber Curry hat ja Major getötet! Los! Ja, ich bin es nicht! Also kann erst schon mal nicht sein! Ich bin es auch nicht! Ja, warum bist du es nicht? Das wird Tür aufmachen, oder? Ja! Geh mal dran! Weil ich es nicht bin! Weil du es nicht bist! Toll! Was soll ich denn sagen? Bester Grund ever! Ja! Was gibt es denn sonst für Gründe dafür? Da kommt Error! Guck! Ah, okay! Cool! Das kann nur der Traitor machen! Dann saug das uns alles raus! Tobi hat die Klobe in der Hand! Womit man schießen kann! Patrick! Keine Klobe! Ja, wir haben ja Zeit, Leute! Patrick! Hier! Hier oder wo? Ja! Ja, das ist nicht nur Traitor, Mann! Los, Kevin! Hab doch gerade schon! Nein, das hast du nicht! Ey, natürlich! Dennis schießt! Warte, ich dachte, der Patrick hat da gerade irgendwas ausgelöst! Kevin ist es auch nicht! Ja, ist klar! Dann drück du doch mal! Leno, wenn das nur Traitor wäre, dann könnten wir das doch gar nicht betätigen! Mir steht Error! Ich weiß es nicht! Ja, das war bei mir auch gerade! Vielleicht muss man auch erst diesen Kasten einballern! Oder irgendwie auf die Brust! Warte mal, warte mal! Achso, damit die Tür aufgeht da hinten! Oder was? Ja! Ich glaube, du musst den Kasten aufmachen! Dann kommst du in das Cockpit! Und im Cockpit kannst du all diese Türen öffnen! So oder so ähnlich steht's geschrieben! Ey, die Zeit läuft für den Traitor, ne? Ja, Patrick! Ich geh mal weg! Ich geh mal weg! Ich geh mal weg! Ich geh mal weg! Damit er keine Giard-Bau bezünden kann! Ja! Ja! Ich geh mal in mein Abteilchen nicht mal schlafen! Tu mir nice! Patrick! Lendo! Lendo ist bei mir! Ronze! Jo! Alles super! Alles easy! Oh! Und so harrenten sie aus! Scheiße! Was denn scheiße? Häng hier fest! Am Stuhl! Tobi! Oh! Ah! Wer ist das? Ich wusste, dass es der Tobi ist! Als er mit der Crowbar umgerannt ist! Das ist mir aber auch gerade schon aufgefallen! Der war so leise! Der läuft doch mir direkt in die Arme! Ich hab euch alles aufwählt! Wieso bist du denn nicht gestorben, Ronze? Ich hab dir einen Headshot gegeben! Boah! Ich hab keine Ahnung, Alter! Erstmal mit dem Crossbow, Alter! Null Schaden genommen! Was hast du, Alter? Aber wieder auf den Arm, Patrick, drauf! Natürlich! Ich hab den Headshot gegeben! Du hast das überlebt! Alter! Ich hab 990 noch! Hast du die Runden jetzt hier umgestellt denn das eigentlich? Das sind immer noch sehr lang! Wobei die Runde war jetzt auch sehr lang! Ja, warte eben! Dings! Ich hab mit einer Crowbar auf dich geschossen! Du hast mit der Crowbar geschossen, ja! Ist das so, wenn man ein N4 kauft oder was? Das war dieses Silence N4! Dann siehst du das aus und hältst du eine Crowbar! Alter! Was ist hier los? Ich wurde angeschossen! Ich kann mich nicht bewegen! Was? Tobi! Tobi! Der Tobi und der Ding stehen aufeinander! Guck mal! Tobi, geh mal bitte aus mir raus! Warte mal! Ich werde mich nicht bewegen! Ich bin Dyskombulator, Leute! Warte, hab ich schon geschmissen! Ihr fliegt jetzt im Moment! Der schießt halt doch nur weg, oder? Oh! Was? Besser? Hä? Ich steck immer noch in Patrick! Ja, oder andersrum! Ja, ich würde jetzt den Patrick und den Tobi erschießen! Ah, ich werde voll gedouppelt hier! Alter! Ich will gucken! Ne, das geht nicht! Auch, obwohl ihr, äh, Dings! Da fliegt... Alter, Dennis! Wir sind siamesische Zwillinge, Patrick! Ja, ihr müsst euch jetzt gegenseitig abknallen! Der überlebt! Der hat gewollt! Ernsthaft? Und wer Patrick ist? Und? Der Tobi ist tot! Warte mal! Wo ist der Tobi? Tobi war innocent! Tobi war innocent! Tobi ist Traitor! Klar, was soll ich denn machen? Dennis, ich hab nur noch 33, du hast mir auch voll viel abgezogen! Ja, weil ich mich ja immer für den Tobi Opfer! Weil ich mich ja immer für den Tobi Opfer! Ja, aber einer musste er jetzt drin glauben! Ich hätte mich für den Tobi, also... Weißt der Tobi, ne? Ey, hier hat jemand die Türen zugemacht und das können nur Traitor! Das stimmt doch gar nicht! Das können nur Traitor diese Türen hier zu machen! Leute! Das war, weil er hat's neben mir gemacht! Wer denn? Wer? Was? Guckt, der ist auch auf der anderen Seite! Ganz alleine! Schieß ihn ab! Wie soll ich das denn machen? Das kann nur der Traitor, das weiß ich mit 1 Million Prozent! Lol! Alter, du kannst da durchschießen! Das ist so ein Random Kill! Das ist Sicherheitsglas! Das geht nicht! Das ist doch kein Random Kill, Lendo, weil wenn du... Wenn du der Traitor zumachen kannst! Ja, das ist ja... Kann man das wieder riefen? Ja, wie denn? Komm mal da rein? Oder was? Ja, wir müssen in den Fahrstuhl! Komm, wir machen alle Gruppen fahren! Ja, nee, 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 nee! Der Major, der alte Traitor! Der ist rausgeblieben! Irgendeiner zündet jetzt die Chiat-Bombe! Mann! Was war das denn jetzt? Hä? Wer war das? Hä? Wer war jetzt der Traitor? Ich war der Traitor! Ich dachte... Warum bist du jetzt tot? Ich dachte, der Dennis wollte die Chiat-Bombe zünder angekommen! Ich hatte eine Smoke-Granate, Alter, ey! Und dann stand der Patrick bei mir im Schuss! Alter! Oh! Ja, aber das... Scheiße! Tobi, tut mir leid, ne? Hey, warte mal! Ja, musst du ja, ne? Ah, Patrick, sorry! Lendo, aber das... Ja, kein Ding! Alter, da war der Patrick ja wirklich Traitor! Ja, aber man kann das auch von innen zu machen! Das hätte ich genauso gut von innen zu machen können! Ah, wie geil, Alter, ey, wie geil! Was war das denn jetzt schon? Ich habe nur ne... Ja, ich dachte, das wäre die Chiat-Bombe! Und dann... Warte, die Smoke-Granate lag da einfach so drei Sekunden ruhig! Ja, ja! Alle gucken so drauf und dann so... Leute, wer... Ja, ich habe nur gesehen, wie du was geworfen hast! Hat jemand ne Shotgun für mich? Nein! Alter, da liegen fünf Stück auf dem Tisch! Warum bist du Traitor, Major? Nein! Ja, aber ich komme damit gut klar! Ja, da hast du Traitor nicht! Alter, hast du gar nichts mehr, Mann! Kannst du damit leben? Ja, klar! Ich habe 50 HP, okay! Ja, danke, Leute! Ja, toll, ich bin tot! Tot! Lendo, geh weg! Lendo, geh weg! Lendo, geh weg! Lendo, geh weg! Patrick, kannst du dich mal beruhigen jetzt, ey? Wer war das? Nein! Ich sehe nichts mehr, Mann! Dennis, bleib stehen! Penny! Entschuldigung, Major! Es tut mir leid! Dann darf... Dann darfst du... Tobi, was machst du da? Bleib mal genau, weil ich bin! Warte, ich lock erstmal den Tobi weg! Was ist hier los? Bleib doch mal stehen und entschuldige mich bei dir, Mann! Das war scheiße, Alter! Ich bin wieder weg, Alter! Ja, das war scheiße! Aber ich dachte... Ah! Wer war aufs Klo? Ich hänge wieder! Bonkse, guck mal! Hey! Hey! Messer, Messer! Was ist... War Tobi Traitor? Ja, der Major hat den Tobi abgeknallt, die Ratte! Was für ein Messer! Der Tobi ist industrial! Wie soll er denn Messer haben, Major? Der Major, Alter! Dennis, ich sehe das bitte nochmal. Was war da gerade? Ich habe eine Granate geschmissen, weil ich einfach nur so aus Spaß, weißt du? Und dann habe ich erst gesehen, dass es so eine Feuergranate ist. Und der Major, der stand da und ist abgefackelt. Und dann sagt der Major so... Ja, Tobi, entschuldige dich mal und so Quatsch. Und da hat er gesagt, der Tobi hat ein Messer, obwohl der Tobi innocent war, weißt du? Okay... So ein Arsch, Alter, ey! Der schlechteste Lügner ever, der Major, wenn er war... Alter, Lennu! Du tof, oder was? Alter, der hat mir über 100... Alter, wie... Über 100 hat er dir angezogen. Nein, ich habe nur noch 38 HP, Mann! Bronze ist tot. Ey, ich häng hier, ich kann mich nicht bemerken. Ey, ich häng hier! Also dem Dennis kann man jetzt trauen, auf jeden Fall. Weißt du, aber Hauptsache mal schießen direkt, ne? Ich bin definitiv, äh, innocent. Definitiv! Rebell! Rebell! Definitiv! Wo ist der, wo ist der Dings denn der Zinken? Gargamel? Ja, der sitzt hier auf Klo fest. Ich glaube, der muss kacken. Ja, dann lass ihn doch mal! Ja, aber der macht immer die Tür auf! Ja! Das stinkt doch alles voll! Das stimmt! Alter, du hast hier Graffitis hingesprüht. Der hat hier den Putty... Bester war der Major in der letzten, äh, letzten Runde im Keller. Im Keller vor dem Flugzeug. War Putty gerade wieder Flatulenzen und Turbulenzen. Ja, sorry, tut mir leid. Überall Smog hier, ey. Es lief halt. Mua, oah! Lief was? Ja, es lief was. Es lief was. Es lief was. Ah! Hallo! Ah! Wo? Oben? War das O? Unten oben, links, rechts. Juri, hinter dir! Ja? Nein. Aber ruhiger Flug sonst so, ne? Juri, bist du der Einzige? Ich bin der einzig Wahre. Ich bin das Auto. Ohne Zähne. Nein. Nicht eigentlich. Wer lebt denn jetzt noch? Dennis? 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 Dennis ist tot, Mann. Lennu? 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 Penny? 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 Wenn du jetzt antwortest, kriegst du'n zu. Wie alle das hören, welche. Alter, hab ich ja nicht erschreut und schweißt, was ist das mit euch? Ich dachte, ich bin mit Curry dann im Team-Chat, oder was? Die Toten sind alle in einem Team-Chat. Oh Mann, ich versuch mit Curry zu kommunizieren, Alter. Mach doch über Steam, Alter. Das war so schlecht, Mann, das war so schlecht. Ja, aber er klemmt da erstmal aufs Klo fest. So Leute, das war eine neue Runde TTT, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ciao. Tschüss. Achso, wenn ihr Map und Mod-Vorschläge habt, postet sie mal in die Kommentare, wäre so cool. Bis dahin, am neuen Shooter, ciao.